Ja, huhu hier wieder beim Koalion zu einer neuen Runde Baldur Skate 3. Ich habe Kalach noch mal ein bisschen geskillt, aber nicht viel, ich habe nur ein paar Werte hin und her geschoben und mir war, naja, also nichts Wildes ist im Prinzip, es ist alles gleich geblieben. Ein bisschen Optimierung habe ich betrieben. So, wir gehen jetzt gleich ins Underdog, würde ich sagen. Und, eigentlich haben wir hier ja schon alles gelootet gehabt. What's in here? Ah, ja. Ja, der kleine Koala ist auch wieder hier am Start neben mir und guckt Autos, ja, ja, und Runde. So, wir müssen jetzt hier den Stein kaputt machen. Boah, irgendwie will das nicht. So, keep your distance, darling. Moving. So ging's. Ist das Blut? No, never mind. So, wenn wir das nicht machen, dann werden wir hier vorne auch abholen. So, wenn wir hier vorne auch abholen, dann werden wir wieder Minutes aussehen. Let's have a look. Machen. Hier geht, hier geht, hier geht. Might be useful. Hm. Was ist das? Garnt's noch nicht. Okay. 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 Kommen wir, aber bringt uns jetzt noch nicht so viel, ne? Ich misse mich hier mal. Da bin ich noch oben drauf, ne. Der Mond meid. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, da. 1 bis 8 Schaden. Guck mal, macht mehr Schaden. Kann aber kein Wasser. Und ich frage mich gerade, warum er weniger Schaden macht. Weil wir ihn... Äh, ne, der macht gleich viel Schaden. Ne, der macht gleich viel Schaden. Weil wir tragen ihn ja in einer Hand. Ich habe übrigens hier festgestellt. Ich kann jetzt hier, äh, auch Feuerball. Tageslicht. Haben wir sie nicht, äh, das kriegt sie irgendwie automatisch. Ich habe immer ausgerüstet. Ich meine, soll ich mal schauen. Die Knochen. Ich habe jetzt noch ein Knochen, mehr gute Säcke, noch ein Speer. Nein, alles verfault. Und verrottet. Speer. Ich habe jetzt noch ein Knochen, mehr schaden. Er ist zu sich mit spohlen. Er muss thrive in the dark. Oh. Irgendwas so rumpelt hier. Das ist ein Portagebuch. Und das hier ist ein Ölfass, das heben wir auf. Wir schicken es mal ins Lager, können wir vielleicht noch brauchen. So, was ist denn hier? Sporen. Oh, ein Schwert. Mehr sind kommen. Diese Hälfte, was war das? Sie kommen. Sie kommen. Nein, jemand kommt. Und jemand anderes wollen wir wissen. Sie kommen. Sie kommen. Das ist so korrekt, ja. Sie kommen. All right. Gimme. Slender Drow Blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Hmm. Yeah, minus 1. Oh, Lord. This blade was a warrior's sacrifice to Elis Stray. Blood can only be honored with blood. You shouldn't have wished to live in more interesting times. Slender Drow Blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. It feels like you're warring with ten people for the blade, but with another hard yank, the weapon slips free from the stone. Okay. Let's do it now from Hammer to Wert umskill. Let's do it. 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 Ich bin nicht enttäuscht. Mit ner 12? Ja. Okay, geht auch echt auf Intelligenz, ne? Ja. Ja, ja. Vielleicht müssen wir dieses Intelligenzding da von Will nochmal holen. Damit wir sowas dann auch schaffen. Weil wir die intelligenteste Truppe hier sind wir nicht. So viel steht fest. Was denn? Oh. Ah, shit. Blatt. Ich denke, ich könnte mich in zwei. Hm. Beziehungsspuren. Betroffene Kreaturen könnten alle telepathisch miteinander kommunizieren. Okay. Spannend. Hier geht's. Hm. Hat eigentlich von uns den höchsten Intelligenzwert. Um das da mal zu machen. Ähm. Alle acht, ne? Ja. Hihi. Wir gehen nochmal kurz ins Lager zurück. Und holen uns das Amulett. Diese Krone von Will. Damit das irgendwie halbwegs entkriegen. Hm. I've got a long road ahead. I have to keep going. Ähm. Hier ist Carla. Hier ist Alzin. Hier ist Will. Okay. Dann ist es am schnellsten wenn ich kurz... Carly's makes my day better. Wenn wir da bleiben sollen. Hey you. Hm. Sounds boring. Ah fine. I'll be here eating dirt or whatever. Ja, du kriegst gleich hier einen tollen Stirn rein. Open up. Welcome to the league of the lone eye my friend. Not besides. I find it gives one an air of mystique. No one's that. So. Dann. Einmal bitte. 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 da runter. So, dann sollte sich das mit dem auch erledigt haben. Okay, das hat man jetzt ja schon gemacht. Oh, hier ist noch ein Fass. Ein Fass. Da oben dran, leuchtender Edelstein. War auch schon mal besser. Minotaurus. Okay, okay, okay. Wer ist zuerst? Der Shepard ist dran. Jetzt können wir das direkt mal ausprobieren, hier. Das braucht eine Aktion. Das brauchen wir eine Bonus-Aktion. Wir jumpen nach hier drüben. Die Winde durch ein paar Meter. Ähm, reicht halt nicht. Schmeißen wir das trotzdem mal an hier. Schützgeister. So, und dann, ähm, fertig. Starrion. 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 Be quick. Ähm. So, ich mach auch mal aus, mal hier. Ähm. Nö. Brauch ich grad nicht. Hehehehe. Wahrscheinlich wird sie jetzt gleich total umgeboxed hier. Ähm. Aber ich hab schon ein paar, hm? 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 Dann, ähm, gehen wir schon mal, ähm, in ähm, Tiergestalt. Ich will mich nicht verlegen. Wow. So. Wir schützen das Flackern. Der hat jetzt vier Leuchtkugeln. Das heißt, er müsste vier Abzug auf seine Attacken kriegen. Wir haben uns ja auch ordentlich gelitten, ne? Das sei jetzt auch nicht so cool. Jetzt können wir direkt das zweite Mal probieren hier. Kann ich in Kampf gewirkt werden? Ah, okay, das ist gut zu wissen. So, jetzt haben wir hier Beistand. Oh, das hält nicht, ne? Es gibt nur um fünf Trefferpunkte. Okay. Hm. Waffen. Let's have some courage. Let's have some courage. Wir sind aber immer noch im Kampf. Wir haben alle ziemlich gelitten. So, der hat jetzt Minus 2. Und jetzt noch ein Rundheilen. Damit können wir das Segen auch noch brauchen diese Massenheilung drin. So, und dann können wir durch und wir können hier kritisch einen Fehlschlag machen. Jetzt ein bisschen heilen und hier ist. Und nochmal den kleinen Fehlschlag auch misst. So, machen wir Crit draus. Ja, ne? Eps. So. Und... Einmal jumpen. Schauen wir mal, wie das mit diesem Tavernenschläger ist. So. Okay. Tavernenschläger anscheinend funktioniert, aber nicht beim Schadenswurf. Stärke plus 4. Achso, super. Also nur so halb super, aber ja. Ah, das haben wir ja auch noch. Oh. Was haben wir hier gekriegt? Und... Resistenz gegen Liebschaden. Verwundbar durch Wuchtschaden. Das ist so semi gut, ne? So. Und dann... Dann gehen wir mal ins Zauberbruch. So. Machen das raus. Und die Massenheilung rein. Ich glaube das ist dann ganz gut. Und ... So. Looking ahead. Und dann kommt weiter. Time to press ahead. Den Korb wollen wir nicht, ne? So, schaufeln. Waren wir schon. Einmal. Mach mal alles nicht. Auf den Schiffen, hm? Überall war er im OP geschlagen. Hm, wo gehst du denn da hin? Ah, hier in so ne... Und noch zwei. Alles klar, hat uns aber nicht viel gemacht. Hm. Ach, jetzt sind die anderen da unten und kommen nicht hoch, ne? Ah, I see the problem. I see the problem. Ja, ja. Und dann hier hoch? Hier müsste man eigentlich hochkommen. Ja. 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 Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Ja. Ich bin schon wieder da. Ein paar Sachen zu machen. hier. hier sind wir schon ordentlich lupen also man sich jetzt nicht beschweren finde ich aber leute sind hier nicht schon mit einer fünf richtig geile sachen es waren da jetzt nicht alles mit hier so 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 dämliche landhai so 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 also das auf keinen fall hier unten wir verbinden uns mal mit dem ich bin hier um zu helfen fungal roots weave through your mind seeking your true intent then the sovereign drones a new melody cautious but welcoming descend to me let us speak in flesh the persistent music coaxes you forward the sovereign expects you das ist einladend ich werde gespeichert ich werde gespeichert ich werde verschwinden ok da habe ich keine pilze das ist das ist ah a visitor you're a welcome sight but let us observe the customs of the locals the scholar's brow tenses his voice spills into your skull the spores connecting mind to mind blurg proud member of the society of brilliance at your service or perhaps not your mind is far more complex than that of the fungi mhm mhm understandable we are small in number and rarely stay in one place for long my colleagues and i are working to improve conditions in the under dark this need not be such a dire hostile place it is what does that saying the Philippines what has brought you down so deep mhm truly remarkable but why come to the under dark where they hold so much power He is hoping to build a fire Es ist ein Wunderschön, dass du noch in Takt bist. Du musst dich überraschend sein, aber keine Angst. Ich habe ein Freund, der kann sich helfen. Aurelion! Ich hoffe, dass es wichtig ist, Blurg. Meine Zuckwood-Sammels brauchen constantes Atennis. Es ist. Diese Adventurer hat eine Illithid-Tadpole in ihrer Kopf. Aber sie hat nicht Dern. Kein Salomorphosus? Das ist nicht möglich. Aber es ist interessant. Willst du es extrakt haben? Wie ist das möglich? Was ist denn der große Plan? Okay. Okay. Was ist die Mellowin? Als die Mellowin's mind pierces yours, die Tadpole pulsiert mit Kraft. Es fühlt sich zehnmal ihre Größe. Alive. Awake. Almost smug. Das ist nicht möglich. Das ist wie normal. Der Inkubation-Period sollte sich komplett sein. Wie wäre deine Transformation. Aber die Lava ist entfunden mit strange Magik. Es scheint, dass sie in einer Form von Stasis sein. Ich würde sie entfernen. Nein. Es scheint, dass sie von physischen und magischen Influen sein wird. Es scheint, dass sie von physischen und magischen Influen sein wird. Und auch ohne die Schild, würde sie die Extraction entführen. Das wäre ungut, ne? Das ist ja ungut, ne? Hm. Oh, wie nett. Ja. Mhm. Achso. Danke für die Information. Natürlich. Ich bin entschuldigt, dass ich dich nicht in ihrer Beziehung helfen kann. Aber ich habe eine Idee. Oh. Vielleicht sollte ich anfangen, die Noten zu nehmen. Es ist vielleicht ein Weg, um diese Stasis zu überprüfen. Es gibt viele alchemische Substanz, die das Geheimnis zu beeinflussen können. Was habt ihr denn da im Sinn? Eine Tinkture, distilled von einer Collection von rare Mushrooms. Sie haben eine subtle Psyonische Influenz. Ich würde eine frische Tonne von Madness und Timmusk spores. Aber be warned. In ihrer Natur-State. Beide dieser Mushrooms können ziemlich gefährlich sein. Timmusks causen Verrugnis in denen, die sie anrufen. Die tongue ist selbst-explanetär. Ah ja. Okay. Wo finde ich die? Die Underdark, natürlich. Obwohl sie ziemlich rar sind. Und ihre Erkrankung... Perilös. Hm. Ich denke, Lenore würde sie in ihrer Beziehung haben. Sie hat Mystra als Klerik geholfen. Mystra, hm? Da müsste ich eigentlich mal Gail holen. Okay. Dann komme ich wieder, wenn ich die Pilze habe. が. Immer questo дня. Ich würde die Gehreise segne sein und hoher. Ich werde TENNK così gelesen ... Wenn wir die Fl tail.